Herzlich willkommen im Gesundheitskanal Ihrer Apotheke. Sie haben ein Schüsselsalz mit der Bezeichnung 2 und dem Inhaltsstoff Calciumphospholkum in Ihrer Hand. Wir informieren Sie jetzt, wozu es eingenommen wird. Allgemein wird das Calciumphospholkum als Knochensalz bezeichnet. Er stärkt schwach ausgebildete Knochen wie bei Osteoporose und hilft, dass Knochen nach einem Bruch wieder zusammenwachsen. Zudem hilft das Zweiersalz auch Menschen in ihrer Gesamtheit, wenn sie sich beispielsweise schlapp fühlen, also unter Erschöpfung leiden. In der Regel ist nach der Einnahme vom Zweiersalz die damit verbundene Appetitlosigkeit wie weggeblasen. Sie wollen mehr zur Therapie nach Dr. Schüßler wissen? Kommen Sie doch einfach zu uns in der Apotheke. In einem persönlichen Gespräch beraten wir Sie gerne. Außerdem halten wir eine Auswahl an Büchern zur Selbstmedikation für Sie bereit. Und wenn Sie jetzt noch Fragen haben, besuchen Sie unseren Videokanal. Dort erhalten Sie kurz und kompakt weitere Informationen.